Hi, ich bin Brian oder er von den Gan... Moment mal kurz, jetzt ist es schon viel besser. Hi Freunde, wenn ihr dieses Video hier seht, dann sind es noch genau 15 Minuten, bis es wirklich soweit ist. Ich habe eine Umfrage gemacht, ihr habt alle daran teilgenommen, herzlichen Dank nochmal dafür. In 15 Minuten ist es tatsächlich soweit, um 18 Uhr, könnt ihr auf der Seite endlichkaufen.de diese wundervolle Tasse hier kaufen. Tatsächlich, ihr habt abgestimmt, ihr wollt diese Tasse haben, wir freuen uns vom Podcast natürlich sehr. Es ist heute auch eine neue Folge online gegangen, Endlich Freitag, Link natürlich dazu auch in der Beschreibung. Aber das Wichtigste natürlich, endlichkaufen.de, diese Tasse ist jetzt erhältlich. Wir haben uns eure Umfrageergebnisse angeguckt, haben geguckt, wie viele Leute die haben wollen und wie die Preisrange davon ist. Das heißt, es haben jetzt 100 Leute, seid also am besten schnell, die Zeit bis Ende Februar diese Tasse zu bestellen für... Und jetzt bitte Applaus in die Kommentare, Freunde, für 10 Euro. Das ist wirklich sehr günstig für so eine Tasse, mit so einem wunderschönen Aufdruck, ohne Kaffeeflecken, mit diesen gelben Henkel und gelben Inlay. Freunde, schaut gerne vorbei, endlichkaufen.de. Der Shop ist so lange offen, bis entweder alle Bestellungen durch sind, 100 Stück, oder bis Ende Februar habt ihr Zeit zu bestellen. Das wäre es erstmal für meine Info, 18 Uhr, endlichkaufen.de. Wir sehen uns.